So, hallo, grüß Gott! Hallo! Das ist aber nett, dass wir hier ein paar Picknicker treffen. Ja, natürlich, bei dem schönen Wetter. Nichts besser als so, gell? Genau, so ist es. War ja unsere Empfehlung gewesen, nachdem es jetzt keinen Weinverkauf gibt und nirgends irgendwie einen Ausschank. Man kann sich doch einfach zwei Gläsler einpacken und seine Sache mitnehmen. Natürlich, natürlich. Und dann muss es halt natürlich ein Württemberger sein, das ist ja ganz klar. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Wenn es geht, noch einer von den Felsen, dann sind wir dabei, ja. Der Wein schmeckt einfach am besten dort, wo er gewachsen ist. Stimmt das? Können Sie es bestätigen? Ja, so ist es, ja. Gut, was ist Ihre Empfehlung zum Wein? Also heute haben wir zum Beispiel einen Riesling, einen Feinherb und da haben wir Trauben. Ja, gut. Und ein Käse dabei und ein bisschen so ein Teferbeißer. Ah! Natürlich auch hier von der Region, alles hier. Super! Prima! Ah, das ist inspirierend, sogar für den Hund, gell? Ja, dann wünschen wir Ihnen einen guten Appetit und weiterhin einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund, danke! Danke schön! Tschüss! Tschüss! Hey Leute, hat es euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat es ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas geboten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020